Hallo Freunde, zur Startnummer 38. Ja, hallo Freund. Ja, schönen guten Tag. Ein fröhliches Hallo-Gepfiffen aus Berlin. Juhu, aus L.A. Ja, und zurück aus dem schönen Spanien. Ja, schön, guck mal. Was macht der Pollenflug? In Spanien wahrscheinlich nicht, oder? Ja, doch, hier fliegen auch ganz viel Pollen. Hier blühen gerade so Nadelbäume, die Pinien. Und das ist auch ziemlich heftig, aber ich leide ja darunter zum Glück nicht so. Insofern ist das nicht so schlimm für mich. Aber es ist alles irgendwie so grün bepudert irgendwie. Ganz lustig. Ja, krass. Ja, es gab auch ein paar Tipps von Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank dafür. Kannte ich tatsächlich beides noch nicht, was uns da empfohlen wurde. Nee, gar nicht. Werde ich mal testen. Wie geht es euch denn damit? Also ist es schon besser oder noch nicht? Ich nehme ja diese Medikamente. Damit geht es ein bisschen besser. Aber heute war es schon, wir waren draußen den ganzen Tag gewesen, da war es heute schon ein bisschen Ärger. Ja, aber es ist auszuhalten. Wenn ihr noch Alkohol ist. Ich glaube, immer so der erste Schock im Jahr ist immer das, was total nervt. Und dann gewöhnt man sich einfach dran, dass es immer ein bisschen scheiße ist. Ist halt wie auf Tour, die Augen sind immer rot und Tränen. Na, sind zu. Ganz genau. Ja, schön. Was habt ihr denn für ein Wetter eigentlich bei euch? Also hier war schönes Wetter heute. Ja, schönes Frühlingswetter. Echt? Ja, strahlender Sonnenschein gewesen. Also Sonne, ja, aber ganz schön kalt, oder? Also Frühlingswetter geht bei mir ab 20 Grad los. Naja, gut, ich habe heute ein bisschen gearbeitet, da habe ich es nicht so gemerkt. Ah, der feine Herr. Zum Arbeiten war es ganz okay. Ah, okay. Bei mir hat es jetzt gerade die letzten, also so seit, ich glaube, Sonntag, durch jeden Tag regnet und heute ist der erste schöne Tag wieder irgendwie. Also heute ist, ja, Mittwoch quasi. Für alle, die denken, dass heute Freitag ist. Stimmt ja nicht. Reingelegt, genau. Guckt lieber nochmal auf euer Handy. Stimmt gar nicht. Genau. Stimmt alles gar nicht. Ist alles Lüge. Ja, und wir sind hier komplett abgesoffen. War richtig doll irgendwie. Aber das ist auch ganz schön. Jetzt ist mal die Luft wieder toll und so. Oh, cool. Dieser ganze radioaktive Sahara-Sand mal abgeregnet. Das ist super. Jetzt ist alles schön. Ist der radioaktiv auch? Ja, habe ich gehört. Soll wohl leicht radioaktiv sein, ja. Durch irgendwelche alten Tests oder so, glaube ich. Irgendwie, die in den 60er-Jahren da mal unbedarfterweise durchgeführt wurden. Männchen. Aber ist alles total ungefährlich, wie ihr ja wisst. Auf jeden Fall, ja. Das ist ja völlig unbedenklich. Ja, muss man sich keine Sorgen machen. Es wird alles gut. Alles wird immer gut. Ja, habt ihr irgendwie was Tolles gemacht oder so? Oder so? Irgendwas? Nettet? Nö. Irgendwas schönes? Ja, gemalt habe ich. Ah, das ist auch schön. Das ist ja jetzt nicht so. Ja, ist schön, ja. Ja, siehst du. Jeans, wieder irgendwie nette Kapellen. Bist du mit deinem Vinyl, beziehungsweise mit deinem Tape-of-Vinyl-Projekt schon weiter? Ja, jetzt muss ich mal warten, was die Feinherrschaften dazu sagen. Die Künstler. Genau, war ein bisschen auch im Studio trommeln. Ich habe mit einem Freund hier noch so ein kleines Spaßprojekt, das hatten wir schon mal vor einem Jahr gemacht, nur so rein in Studio gedönst. Der hat so viel Output. Zu dachten, komm, wir haben bitte Langeweile, dann nehmen wir das jetzt auf. Und da habe ich ein bisschen zu tun und ein bisschen getrommelt und aufgenommen und so. Und genau, als nächstes möchte ich mal auch ein bisschen unseren Kram wieder trommeln. Ja. Genau. Nicht mehr vorgenommen. Jetzt sind ja die Sachen schon mal vorbereitet. Damit bin ich ja jetzt endlich mal fertig geworden mit dem Quatsch da, irgendwie die ganzen Live-Spuren. Ja, wir hatten ja keinen Stress, aber ich meine... Nee, leider nicht so. Wir hoffen ja trotzdem mal auf Konzerte, auch wenn es, glaube ich, noch nicht spruchreif ist. Ist schon was spruchreif? Nee, ne? Nee, leider noch nicht. Aber wir können zumindest, glaube ich, schon so viel verraten. Das wird wirklich viel und hart daran gearbeitet, dass wir wenigstens ein bisschen was machen können. Aber ja, da ist bis jetzt noch nicht wirklich... Also kann man jetzt noch nichts sagen. Leider. Die großen Festivals abgesagt, habe ich heute gelesen, auf jeden Fall. Ist gar nicht so, dass das mit einem Amphi und so ist. Also wahrscheinlich, da wird es noch nichts geben, das wüssten wir schon. Aber hier so Southside und Rock'n'Park und so, die machen auch keine Corona-Edition. In Barcelona findet wohl jetzt ein Konzert mit 5000 Leuten statt. Und das ist irgendwie so eine Indie-Rock-Band irgendwie, die da spielt. Das ist wohl irgendwie so ein Test. quasi mit Masken, aber da ist dann der Publikumsbereich so abgeteilt in bestimmte... Ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie bei uns in der Schweiz, nur eben deutlich größer. Also du hast dann so verschiedene Bereiche wohl fürs Publikum. Aber in den Bereichen können die sich ganz normal aufhalten, müssen halt alle eine Maske tragen und ein tagesaktuelles negative Testergebnis von so einem Antigentest vorweisen. Dann darf man rein und das ist wohl, glaube ich, so ein bisschen so ein Experiment, ob das vielleicht so eine Art... Also und das ist halt alles komplett, die müssen irgendwie alle so eine App installiert haben auf dem Handy oder so, damit alles nachvollziehbar ist, falls doch was schief geht oder so. Damit man die Leute nachvollziehen kann. Warum gibt es sowas eigentlich nicht für nachweislich positive Leute? Die können ja auch, wenn positive getestete Bands und Publikum, können auch Festivals machen, oder? Dann dürfen halt nur positive Getestete drin. Also die Stimmung dann viel besser. Viel positiver. Aber dann plan doch mal irgendwie Querdenker gegen Gates oder so. Wenn sie doch mal schön die Wohle halten. Da wirst du auf jeden Fall, wo du dich anstecken kannst. Ja, das stimmt. Das ist bestimmt Regenzuspruch. Nur ungechippte. Genau. Mit einem tagesaktuellen positiven Corona-Test. Musst du vorweisen. Da sind wir wieder albern. Ja, krass. Ja, total, wa? Das ist noch so hell. Ja, es hört sich sehr gut. Das ist der Fall, guck mich heute, ja. Ja, ja, ja. Ich habe letztens irgendwie Bilder aus Neuseeland gesehen. Die hatten, wo ich das gesehen habe, sieben bestätigte Fälle im Land. Das ist total krass. Die sitzen da ganz normalen Lungern in ihren Restaurants rum. Ohne Maske und ohne Abstand. Und das mit Sache ist, dass mir ungewöhnlich das mittlerweile auf einen wirkt, oder? Das ist so schlimm. Ach so. Oh Mann, ey. Ja. Na ja. Wahnsinn. Das ist der nicht. Aber ich denke, also ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir im Sommer irgendwas machen können, oder? Ich eigentlich auch, ja. Ja, müssen wir ja sein. Also das, nee, ich finde, das macht jetzt schon alles irgendwie ein bisschen, also so alle Nachrichten, die so jetzt so gerade kommen, finde ich, stimmen einen schon irgendwie ein bisschen positiver. Also irgendwie, nicht mehr und so. Da haben wir es wieder. Das Wort positiv ist irgendwie negativ belastet. Ja, das ist auch scheiße. Ja, sollen wir mal ein paar Fragen beantworten, oder? Ja, heute müssen wir ja erst mal. Sonst werden wir ja nie fertig hier, genau. Genau, genau. Ach so, erst mal gab es schon irgendwie Vorschläge bezüglich unserer Osterfolge, wo wir allerdings immer noch nicht wissen, weil das waren jetzt nicht besonders viele. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht irgendwie. Also da gab es so die Idee, vielleicht Easter Eggs zu verstecken, also quasi entweder in dem, was wir im Podcast sagen oder irgendwo anders oder so, und dann irgendwas zu verlosen oder so. Also irgendwie sowas wie in die Windspiele machen, sowas, was wir früher mit den Videoclips gemacht haben irgendwie. So ein Zimmermann-Set verlosen. Ja, genau, ja. Da können sie ja einen Gast einladen, den aber verstecken. Wir muten einfach das Mikrofon. Genau. Und wer anhand unserer Fragen und der Nicht-Antworten rauskriegt, wer es war, gewinnt nichts. Ja. Ja, krasses Ding. Ansonsten kam da jetzt aber noch nicht so viel, ich weiß jetzt nicht, ansonsten hätte ich auch jetzt ja keine große Idee, was man sonst so machen könnte. Weiß ich nicht. Nö, weiß ich jetzt auch nicht. Na, vielleicht fällt uns noch was ein, aber wahrscheinlich nicht. Ja, eine Zuschrift kam ja, wir hätten was zum Frauentag machen können, das stimmt, das wäre auch eigentlich ein cooler, wichtigeres. Ja, aber der war ja nun Montag, also unser Podcast ist ja nun wirklich nicht montags. Das stimmt, ja. Ich habe zum Frauentag schön unseren Film geguckt, den wir nachher gleich besprechen und dachte ich, das hat auch gepasst. Oh ja. Der passt ja ausgerechnet zum Frauentag. Das ist ja praktisch der Frauentagsfilm schlechthin, ne? Auf jeden Fall, dachte ich mir auch. Habe ich aber auch am Frauentag gemacht, ja. Ja, schön romantisch. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei dem Film habe ich mich gefragt, was hält wohl Jeans von der Wohnung? Ja. Ich wollte nicht schon jetzt alles. Ja, ja. Aber wir können ja schon mal ein bisschen anteasern, also ich glaube, das haben wir jetzt total clever gemacht. Aber ich mache mal mit Fragen weiter. Die Gabi, ich nenne die einfach mal so, hat ein cooles Hobby und zwar taucht sie und ist schon zweimal einem Wahlheil begegnet und da bin ich ganz neidisch. Krass. Ich möchte auch mal einem Wahlheil begegnen. Ja. Na, dann musst du tauchen. Wahrscheinlich. Also schnurzeln ist okay, aber tauchen ist irgendwie... In Connewitz würde das nicht klappen. Wahrscheinlich, ja. Wobei, das wäre richtig schräg. So in zwei großen Aquarien, wenn jemand seinen Wahlheil spazieren führt. Ich glaube, wenn du in Connewitz einem Wahlheil begegnest, dann hast du einfach die falschen Drohungen genommen. Oder so. Das wäre bei falschen Typen gekauft. Und sie hört den Podcast beim Kochen, was prinzipiell eine gute Idee ist. Podcast hören und kochen. Find ich auch, ja. Ich höre auch immer beim Kochen Podcast eigentlich. Also nicht unseren, aber andere irgendwie. Und sie möchte wissen, wie du zu deinem Spitznamen gekommen bist, Sven. Zu Friedl? Ja, weiß ich auch nicht. Das gab es. Irgendwann haben mich angefangen, Leute so zu nennen. Ich glaube, das war bei den Shadows oder so. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich habe das nicht mir gewünscht. Und ich finde den auch eigentlich ja nicht besonders super. Aber komisch eigentlich. Ach, du törgst zum ersten Mal. Jürgen, hier unser Tonmann, weigert sich auch komplett, kontinuierlich, seitdem der mich kennt, mich so zu nennen. Weil er findet den Namen total scheiße und sagt, nee, er nennt mich Sven. Ich glaube, das macht er bei allen, oder? Ja. Also, er nennt mich auch konsequent Jens. Also, selbst wenn nicht hundertmal ein Gespräch mit Jeans angesprochen wurde, reagiert er mit Jens. Okay. Also, wenn er auf mich Bezug nimmt. Das ist aber total cool irgendwie. Vielleicht steht Jürgen einfach generell nicht so auf Spitznamen oder so. Das kann natürlich sein, ja. Das kann sein. Ich muss noch ein für ihn ausdenken. Und das wurde dann irgendwann, weiß ich nicht, ging das dann mal so in Frieda über. Dann war ich irgendwie immer Frieda. Das war auch irgendwie so eine Phase. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber als ich bei Jettos neu einstiegen bin, hatte ich ja tierische Ressentiments, sich so zu nennen. Weil meine Oma hieß Frieda und die wurde auch Friedel genannt. Ja, okay. Guck mal. Und es war mir irgendwie sehr seltsam, dich dann auch so zu nennen. Aber irgendwann habe ich mich dann auch konditionieren lassen. Aber dass du den ja nicht magst, wusste ich gar nicht. Ja, nee. Ich habe mich daran gewöhnt. Also, das ist jetzt nichts, worum ich mich reißen würde. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Also, ich habe mich jetzt einfach so daran gewöhnt, dass mich die Leute so nennen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich unterschreibe ja auch so Mails und so. Also, insofern ist das jetzt nicht so. Ich finde das jetzt nicht schlimm, aber das wäre jetzt irgendwie, also, sagen wir mal, ein cooler Spitzname wäre schon irgendwie, ja, aber auch affig, oder? Also, insofern ist das schon in Ordnung. Ich habe nicht mal einen Spitzname, also, von daher. Stimmt, ja. Mich kann keiner so gut leiden, dass mir irgendjemand mal einen Spitzname geben wird. Blackboy Friedel. Wäre doch cool. Außer raus hier, oder hau ab, aber das sieht ja nicht wirklich Spitzname. Oh, was war denn das? Das klang gerade dramatisch. Ja. Demonsten? Das klang so, als wäre er hier ein Kaffee gefahren. Ich habe einen Schluck Bier getrunken. Ah. Du trinkst schon Bier, aber du hast es gut. Mir war es noch ein bisschen zu früh, um ehrlich zu sein, aber geht dann bestimmt gleich los. Ich muss nachher noch fahren, das ist irgendwie auch blödig. Muss ich gleich mal schlucken. Wobei, Kaffee ist echt nervig. Ähm, ansonsten wollte Gabriela noch wissen, ob wir schon mal gestalkt wurden. Ähm, ja. Ja. Jetzt reden, das schweigen wir. Ja. Ähm, ja, ähm, war aber jetzt nicht so schlimm. Also, ich meine, das Stalking ist ja jetzt nichts, worüber man großartig scherzen sollte, weil ich glaube, wenn das so richtig, richtig heftig wird, dann ist das echt beängstigend und richtig schlimm. Also, so was richtig Schlimmes war das bei mir definitiv nicht. Aber das gab schon so, so zwei, drei Leute, ähm, wo das schon wirklich unangenehme Formen annahm, irgendwie, ähm, so mit, mit, äh, nachts anrufen, äh, ständig und so Zeug irgendwie. Das ist dann schon ätzend irgendwie gewesen. Das ist schon beängstigt genug. Und das war noch zu einer Zeit, wo du, ja, also, wo das noch nicht so, also, wo das eher noch so Festnetztelefon gab und so. Und ich das dann irgendwann tatsächlich rausgezogen hab, weil ich gar nicht mehr schlafen konnte, irgendwie, und, ähm, ja, so. Und dann halt, naja, wenn dann so diese Menschen dann auch noch vor der, also, rausfinden, wo man wohnt und dann vor der Tür stehen. Deswegen bin ich da auch wirklich immer sehr, also inzwischen, ähm, sehr vorsichtig und und sag eigentlich niemandem, wo ich mich aufhalte und, ähm, so weiter und so fort, weil ich das einfach, das hat, das fand ich irgendwie echt unangenehm. Nicht mal wir wissen, das stimmt. Genau. Siehst du? Damit wir nicht zum Überraschungsbesuch vorbeischauen können. Aber jetzt wissen, jetzt wissen alle die Leute, die gefragt haben, was du in Spanien machst und so, auch warum wir ständig die Frage konsequent ignorieren. Ja, genau. Wir haben das schon gelesen und zur Kenntnis genommen, aber ignoriert. André, du hattest auch mal so jemanden. Ja, erzähl, André, erzähl du mal, ja. Bei Shadows früher, meinst du? Ja, ja, irgendwie. Irgendwie erinnere ich mich, als ob du auch irgendwie mal so ein, so ein... Ich denke immer noch, dass das einer von euch war, der mich da verhascht hat. Dann kommst du dann, jetzt kannst du es doch sagen. Das ist so lange her. Ja, gut. Irgendwelche Zettel hinter dem Scheibenwächer gehabt und so. Und ich war damals auf der Tour, da hatte ich dann Bodyguards, die vor der Bühne mich dann da schützt haben, weil der irgendwie gesagt hatte, beim Konzert taucht er auf, weil ich irgendwie mich damals so ein bisschen wie Mensen geschminkt hatte und weiße Kontaktlinsen hatte. Die fiel wohl jemand nicht, aber ich glaube, da hat mich irgendjemand einfach... Passiert ist jedenfalls nie was. Nee. Das ist doch schon mal gut, ja. Aber stimmt, Norman. Aber noch vor seinem Einstieg. Genau. Proben sich immer alles abzuchecken und die Fronten zu klären. Genau. Jeans, wie ist es bei dir? Nee, Stalker würde ich nicht direkt sagen. Also mir fällt jetzt spontan auch schon mal eine ein, die irgendwie ein bisschen schräge Sachen gemacht hat, aber er war alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Aber ich finde die eine Story, ich weiß nicht, ob wir den Podcast erzählen können, wenn wir nicht, weiß ich nicht, wo du den Schnitt machst, ist auch egal. Du hast die erste Mal mal erzählt, als ihr mal nachts im Hotel eingecheckt habt und der Hotelier meinte, ihre Frau ist schon oben, ganz sicher noch. Das ist eigentlich ziemlich geil. Und dazu muss man sagen, Sven ist nicht verheiratet. Also kommt jetzt nicht auf doofe Gedanken, das klappt nicht nochmal. Nee, das klappt so nicht nochmal. Ja, das ist dann schon irgendwie komisch, wenn dann irgendwie... Aber das war jetzt nicht Ende von den Stalkerinnen, oder? Nee, 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 nee. Nee, das kannte ich auch gar nicht. Ich bin ja dann auch einfach wieder gegangen. Also das ist irgendwie sowas, das macht man mit mir nicht. Nee, das finde ich unangenehm sowas. Das ist cool, das muss man auch so bringen. Ja, irgendwie, ja. Ja, naja, mein Gott. Ja, Cécile fragt nach dem Sinn des Lebens und ob sich daran durch die Corona-Zeit irgendwas verschoben, verstärkt oder fokussiert hat und wovor wir Angst haben. Beim Sinn des Lebens bin ich ja ein ganz großer Pragmatiker. Erzähl. Der Sinn des Lebens ist einfach wie bei jedem Leben, wir sind die Arterhaltung und mehr nicht. Fertig. Ah, das sind aber ganz schöne Versager eigentlich, oder? Ja, da sind wir echt die totalen Loser alle. Ja, wir sind evolutionäre Loser. Ja, absolut. Aber es läuft so schon scheiße genug, da brauchen wir nur auch nicht noch dann. Weißt du? Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Also ich muss tatsächlich sagen, um die zweite Detailfrage noch ein bisschen ernsthaft zu beantworten. Ich hatte tatsächlich manchmal... Also vor Corona hatte ich ja echt einen vollen Terminkalender durch meine Jobs und die drei Bands und immer weg und so. Und es gab manchmal so Gefühle, wo ich dachte, oh, jetzt einfach mal zu Hause sitzen und nichts machen. Ja. Also dieses Gefühl ist völlig verschwunden. Und ich denke auch mal, dass wenn ich irgendwann wieder unterwegs bin und es mal wieder nervig ist oder so und es ist ja auch nicht immer so komfortabel, ich mich auf jeden Fall an diese Corona-Zeiten erinnern werde und das dankbar genießen werde, auch wenn es mal wieder ein bisschen unangenehm und stressig ist oder so. Das wird bestimmt bleiben, ja. Ich weiß ja, also mit dem Sinn des Lebens finde ich wirklich schwierig zu beantworten, weil das ist einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich versuche eigentlich nur nicht so viel Schaden anzurichten, so gut es halt geht, aber das ist halt schwierig irgendwie. Das ist irgendwie eigentlich aber auch kein wirklicher Sinn des Lebens, nur nicht so viel anzurichten irgendwie. Aber wenn man das jetzt mal so ganz aufs Persönliche runterschraubt irgendwie, ich muss schon sagen, die Konzerte, ich finde es ja wirklich immer toll eigentlich, also so wenn wir losfahren und irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja inzwischen noch wirklich echt immer großartig und das fehlt mir jetzt schon so doll. Also ich merke schon richtig, dass ich irgendwie langsam, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie so ein Ventil oder dieses Ventil live auf der Bühne irgendwie mal alles rauszulassen... Du machst zu Hause schon kleine Uftritte. Ja, nee, aber ich merke, ich merke, dass ich wirklich, dass meine Nerven irgendwie langsam leiden und dass ich... Ich weiß nicht, also schneller mich aufrege über irgendwelche Sachen, mir fehlt irgendwie so der Ausgleich, der mich irgendwie so, weiß ich nicht, equalized quasi irgendwie. Das ist ganz merkwürdig irgendwie. Ich habe eine größere Amplitude, das ist so ein bisschen wie, als ich damals aufgehört habe zu rauchen. Da war auch, da musste jemand nur irgendwie falsch gucken, da war ich schon auf 180 irgendwie, das hat sich jetzt so nach einer Weile wieder so ein bisschen eingepegelt, aber das ist jetzt gerade wieder so, geht irgendwie so irgendwie in diese Richtung, das ist voll nervig irgendwie. Ich weiß nicht, was ich denn tun soll, total scheiße. Konzertspielen halt, aber so ganz alleine, das ist so irgendwie blöd. Ja, für uns ist das wirklich, kann man das schon als Sinn irgendwie entdeckern. Es gibt da so einen coolen Spruch, ich glaube von Niki Satten oder so, es gibt Leute, die spielen in Bands und es gibt Leute, die müssen in Bands spielen. Und ich glaube, wenn man das so verstanden hat, wo es eine völlig bescheuerte Aussage ist, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Man kann gar nicht anders, da ist keine Alternative dazu. Nee, genau. Nee, das ist, also wie seid ihr gemerkt, dass das wirklich jetzt so langsam wirklich einen Effekt hat, irgendwie eine richtige Auswirkung hat, irgendwie das nicht mehr tun zu können. Und das ist wirklich ätzend. Also das nervt mich auch total an mir selber und so. Und da ärgere ich mich dann gleich nochmal drüber. Also das ist furchtbar. Also ich muss sagen, mir gibt es echt ein bisschen jetzt Aufschwung, dass wir ja trotzdem schon ein bisschen über etwaige Termine und so philosophieren. Allein die Tatsache, dass wir das tun, hat bei mir schon wirklich wieder enorm so einen positiven Schub erst mal bewirkt. Ja, also bei mir auch auf jeden Fall. Wovor wir Angst haben, fragt die Cecile noch. Also bei mir ist das dann auch ganz klar, hängt auch demnächst zusammen, dass ich irgendwie nicht mehr Schlagzeug spielen kann durch irgendeinen dummen Unfall oder so oder Arm kaputt. Tatsächlich, das habe ich immer ein bisschen, wenn ich so mit dem Rad unterwegs bin und so denke ich manchmal, ui, jetzt war ich wieder knapp. Ja, das ist schon doof. Also gut, es gibt ja auch Schlagzeuger, die mit sehr wenig Gliedmaßen trotzdem noch spielen können. Ja, und da will ich aber mich nicht einreihen. Nee. Kann es nicht sein. Ich fände es auch besser, wenn dir das schreibt. Das ist ja nur, weil es geht, muss man es ja nicht machen. Ja. Aber das ist bei mir auch so. Also so Augen, Ohren und Stimme. Das ist so, also die drei Sachen. Davor habe ich wirklich Angst, dass ehens davon irgendwie nicht mehr funktioniert irgendwie. Ja, das ist bei mir eh nicht, weil, ja, naja, vor irgendwelchen Krankheiten, dass man plötzlich irgendwie eine schlimme Diagnose bekommt oder irgendwie sowas, dass sich plötzlich sein komplettes Leben ändert und dass man merkt, okay, wahrscheinlich wartet jetzt oder so, diese ganz krassen Sachen. Ja. Meistens morgens nach dem Aufwachen. Wurde gleich mal so guten Morgen. Aber dann trinke ich ein Bier und dann jetzt bestätig. Ja, aber das kannst du blöde Späße drüber machen, klar, weil wenn man das immer so nah an sich ran lässt, dann verzweifelt man wahrscheinlich irgendwann. Ja, sicher auch. Wenn wir sehen, welche Musiker so manchmal sterben und die denken, Mensch, die waren jetzt ja nicht so sehr viel jünger. Ja, aber mittlerweile sterben auch viele einfach eines natürlichen Todes. Das finde ich krass. Also früher war es selbstverständlich, dass Musiker so ein bisschen älter waren als man selbst, aber dass die so deutlich älter sind, das ist schon irgendwie ungewöhnlich. Gut, aber also jetzt, Mensch, ja nicht so eine deprimierenden Fragen schicken. Markus, genau, der hat eine neue Band entdeckt, Mördelin. Habt ihr die mal gehört? Ich hab mal reingehört irgendwie. Nee, hab ich nicht gehört. Nee, weiter nicht. Ich hab mal reingehört. Ja, ich fand's jetzt nicht schlecht irgendwie, also ich hab mir dazu notiert, dass mich das stilistisch ein bisschen an Kilian Camera erinnert, die ich auch ganz gut finde irgendwie. Insofern, ja, also fand ich auch ganz cool irgendwie. Und der Markus hört unseren Podcast beim Laufen. Das ist scheinbar alles so nach einer Zeit, wo wir mal gefragt haben, wann die Leute unseren Podcast hören. Haben wir schon lange nicht mehr gefragt. Du musst das Laufschirr draus bringen, Sven. Das wird ein absoluter Knaller, ich sag's dir. Das stimmt. Ich hab jetzt noch mehr Leute gefragt, vielleicht überlege ich mal, ob ich so eine Miniserie mal mache. Mit einem blöden Spruch drauf oder so. Genau. Ja, da finden wir schon irgendwas aus irgendeinem Text oder so. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich kig mal. Genau, Kasia fragt, was wir beruflich machen würden, wenn wir keine Musiker geworden wären. Tja, da gibt's ja viele Abbiegungen, die man hätte nehmen können, so in der ganzen Zeit. Wenn man Pech gehabt hätte, wäre man in einer Bank gelandet, als Bankkaufmann oder Versicherungstyp oder. Da gibt's viele. Nicht, dass das schlechte Berufe sind, aber ich hätte mich jetzt da nicht unbedingt drin gesehen. Auch dich hätte ich gerne mal nach einem Kredit gefragt für irgendwas lustig. Ja, ganz formlos mal hier. Christe. Ja. Schenken Sie mir einen Dreiteiler. Ja, gehst raus. Genau, das wär doch weit. Nee, aber jetzt im Ernst, also können wir die Frage ernsthaft beantworten? Schwierig, oder? Ich wollte nie was anderes werden. Ich auch. Also alles andere wäre für mich dann wirklich im Sinne von, also weniger Berufung, sondern wirklich einfach um den Kühlschrank voll zu machen. Genau. Und da fällt mir jetzt echt spontan nichts ein. Nee, bei mir auch nicht. Also ich glaube, ich wäre, wie gesagt, das habe ich letztens schon mal gesagt, dass ich irgendwie, wenn das mit der Wende nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Musiklehrer, also instrumental Musiklehrer geworden irgendwie. Aber die kam ja zum Glück, als ich noch relativ klein war. Insofern musste ich das dann nicht machen. Ja. Gibt es hier, wollen wir die Frage weitermachen, oder wie ist das? Wir diskutieren das in aller Ruhe aus. Was spricht denn dafür? Ach so, mit Fragen. Nee, ob wir diese Frage weitermachen. Ach so. Ich weiß, ich sehe sie vor mir, ich will dich nur dissen. Ja, das ist schön, das ist super. Lass mich hier einfach hängen, das ist total nett. Ach komm, dann mach du doch mal weiter. Drei Dinge für die Insel. Und sie gibt uns auch ein paar vor, irgendwie. Plattenspieler, Lieblingsplatten, CD-Player. Du musst noch dazu sagen, dass es auf dieser Insel wundersamerweise Wasser, Strom und Internet gibt. Ach so, ja. Das ist natürlich eine ganz coole Insel. Selbst Internet. Da brauch ich schon mal keine Platten. Kamera, TV, Computer oder unser Instrument, ist die Frage. Ja. Drei Sachen können wir uns aussuchen von denen. Ach, drei Sachen können wir davon suchen mitnehmen. Sucht euch drei Dinge aus. Ich nehme Platten, Spieler und Lieblings-CDs mit, weil ich richtig blöd bin. Ich stelle dann auf der Insel fest, oh, ganz böser Fehler. Ganz böser Fehler. Wenn es eine tropische Insel ist und es gibt Internet und so, dann nehme ich einfach eine Gitarre mit, lange Papers und Tabak. Der Rest wächst bestimmt dort. Das ist eine gute Idee. Stimmt, bei einer tropischen Insel, das geht zwar nicht hier. Dann komme ich mit dir, komme ich nach, aber ich nehme noch Hopfensamen und ein Bierbraus-Set mit. Dann wirst du ja auch ein bisschen gemütlich haben. Ja, das ist gut. Und Schokolade. Und dann ist es doch nicht mehr so einsam plötzlich. Eigentlich cool, oder? Dann bring ich einfach den Computer mit, damit wir auch irgendwie was zu tun haben. Das klingt nach einem Plan. Da müssen wir Dokus gucken können in der Zeit. Super. Janine hat uns das Unboxing-Video von Matthias Reim geschickt und dazu die Böhmermann-Verarsche. Habt ihr das... Das bezieht sich noch auf Weihnachten. Nee, das war irgendwie zum aktuellen Matthias Reim-Album oder so seinerzeit. Ach so, aber war das nicht so eine Reaktion auf dieses Last Christmas, wo ich mit Matthias Reim da irgendwie... Aber ich weiß es auch nicht mehr. Nee, ich glaube das... Ach, keine Ahnung. Aber habt ihr das euch angeguckt zufällig? Ich habe das... Ich habe es nicht angeguckt. Ich habe das gesehen. Das war also schon wirklich groß irgendwie. Das wäre schön, ja. Böhmermann als Adolf Hitler. Wahnsinn. Das war nicht schlecht. Okay, ich muss es mir doch noch angucken. War gut. Naja, Schnellrate runter oder machen wir jetzt mal hier... Machen wir mal Augenbluten langsam mal. Machen wir Augenbluten erst, oder? Ja, komm. Netzt ja nicht. Genau. Die nagelneue Rubrik. Ja. Genau. Und ich meine, diesmal werden in den Charts vor allen Dingen... lauter Metal-Bands gewesen waren. Ach echt? Ich habe ja nicht geguckt. Ich weiß nicht. Ich glaube Alice Cooper und dann noch irgendeine... Irgendeine richtige Metal-Band und so Zeug. Diesmal wäre es ja nicht so schlimm geworden. Aber gut, egal. Vielleicht ist das ja noch eine... Man kann nicht alles haben. Genau. Ja. Aber der Film hat es ja auch in sich, den wir jetzt diese Woche... Das stimmt, ja. Also wir haben uns für den goldenen Handschuh entschieden. Weil der war seinerzeit am letzten Mal... jetzt wird es auf jeden Fall noch mal in den Top Ten in Deutschland auf Netflix. Genau. Und das haben uns jetzt tatsächlich dazu noch Leute andere Ideen geschickt. Aber wenn das dann so in Serien geht, das kostet einfach zu viel Zeit. Die kann jetzt nicht irgendwie einfach... Ja, wir sollten uns auf Filme beschränken. Genau. Ja. Wie fandet ihr denn diesen Film? Sagt mal. Also wer fängt denn... Sollen wir eins einzeln oder so? Ich würde sagen einzeln oder so ein bisschen. Ich meine, wir können sie ans Wort fallen. Aber wer fängt an, das ist die Frage, ja. Ach, dann fang ich kurz an. Wir müssen das ja nicht so starr machen. Nee. Also ich fang mal damit an. Das war mit Abstand der ekligste Film, den ich bisher gesehen habe. Ich hab mich von der ersten bis zur letzten Minute nur geekelt. Die ganze Zeit, egal was gerade im Bild war. Es war immer ekelhaft. Ob das die Leute waren, die da dargestellt waren, ob das die Möbel und Zimmer und die Kneipe und alles irgendwie. Der ekelhafteste Film. Ich hab den wirklich angefangen, weil ich gucke normalerweise nur zum Essen, weil meiner Misophonie entgegenzuwirken... Zum Essen ist er nicht sehr zu empfehlen. Überhaupt gar nicht. Alleine die ersten Szenen, wo die Leute das erste Mal im Bild waren, wir mussten das wieder ausmachen, weil das war wirklich so widerlich. Vielleicht hacke ich mal ganz kurz ein und erzähl erstmal ganz kurz so ganz grob, worum es geht, oder? Worum es geht, aber ohne zu viel zu spoilern vielleicht. Oder wir machen dann so einen Hinweis hin, wer ohne Spoilern, der muss zur Minute so und so vorskippen, oder? Kriegen wir das gleich nicht hin? Ja, genau. Das kriegst du mal hin, oder? Das fügst du dann noch ein? Ich schreibe das in die Shownotes, ab wann das wieder vorbei ist, sozusagen. Das Schöne ist mit dem Spoilern, dadurch, dass es nicht so die krasse Handlung hat, wo du denkst, oh, wäre er der Mörder, ist es trotzdem, glaube ich, okay. Aber man könnte ja zumindest erstmal sagen, worum es so grob geht. Genau, mach das doch mal. Fass doch mal zusammen. Genau, es geht um so einen Serienmörder in Hamburg in den 70er Jahren, St. Pauli, der da im Rotlichtmilieu Prostituierte umgebracht hat, kann man eigentlich so sagen. Und spielt, der goldene Handschuh ist die Kneipe, in der da immer rumhing. Und da, in dem naheisten Umfeld spielt das quasi, um es mal so kurz zu sagen. Ja. Jetzt, Sven, kannst du weiter machen. Ja, der Typ, also es geht um Fritz Honker, das kann man ja sagen, irgendwie, die Geschichte von dem kann man ja auch so quasi nachlesen. Ja. Ich war wirklich über die Maske sehr erstaunt, muss ich sagen, weil der Typ, der den spielt, der heißt Jonas Dassler und der sieht eigentlich ganz gut aus. Der sieht eigentlich top aus, ja. In echt. Was ich bei dem ein bisschen schwierig fand, ist dieser sechselnde Dialekt. Das war ja meine erste Überraschung. Da dachte ich, hä, was ist denn jetzt los? Das war so schräg als Sachse. Ja. Ja, aber das war einfach nicht gut. Ich habe dann mal geguckt, der kommt aus Nordrhein-Westfalen. Und das ist, also, ich fand so, ein paar Mal hat man es nicht so gemerkt, aber dann gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, das klingt gerade irgendwie nicht echt Leipzigerisch, Leipzig, ja, ich weiß nicht, nicht nach Leipzig. Und das ist schade, fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich sämtliche Schauspieler großartig. Also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Die Schauspieler, ich habe allen alles abgenommen. Komplett. Vor allem die Frauen, oder? Dieser gladenlose Mut zur Hässlichkeit war, das fand ich wirklich sehr. Auf jeden Fall. Weil es ist ja furchtbar, du kannst dir heute angucken, was du willst. Von allen auch. Eine Serie über Wikinger oder so, die haben alle perlweiß Zähne und weiß ich was. Aber dieser Film war wirklich echt, da siehst du, wie nah der Mensch am Tier ist, wenn er sich einfach seinen niederen Instinkten hinjiebt. Das kam echt saujo drüber, fand ich. Das stimmt. Also schon deshalb, finde ich, ist der Film echt sehenswert. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn so dein Fazit außer dem Ekel, Sven? Also ich fand den Film tatsächlich... Und den fandst du trotzdem, oder? Ja, ich fand den trotzdem sehenswert, auf jeden Fall. Also gerade auch, weil ich das nicht mir gewöhnt bin, bei einem... Also ich finde so, aus Deutschland kommen gute Komödien, so Schweighöfer und so Zeug, das finde ich immer, das können die richtig gut irgendwie. Aber so jetzt, so ernstere Filme, habe ich, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht so wahnsinnig viele, gerade auch, weil ich den meisten Schauspielern das alles nicht abnehme, irgendwie. In dem Film, hundertprozentig jedem einzelnen Schauspieler nehme ich alles ab, was die da abgeliefert haben, fand ich wirklich groß. Ich habe, ich finde, also das gab ja bei dem, also das ist ja irgendwie quasi eine Vorlage, war ein Buch irgendwie, was auch noch gar nicht so alt ist. Und da gibt es... Von Heinz Ströck. Genau, da gibt es so ein bisschen den Kritikpunkt, dass sehr viel sich wieder in den Täter reinversetzt wird und sehr viel eigentlich aus seiner Sicht, das alles, beschrieben wird. Und die Frauen, die von ihm quasi, ja, ermordet werden und misshandelt werden und so, dass die da sehr viel, also deutlich zu kurz kommen, fand ich jetzt im Film ja nicht so schlimm, weil ich finde, man hat gar nicht so sehr sich auf ihn fokussiert irgendwie. Das war eigentlich wie so eine komplette Milieustudie. Insofern fand ich das jetzt beim Film, finde ich die Kritik ja nicht so angebracht, weil ich gar nicht finde, dass er jetzt mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde, als seine Opfer großartig irgendwie. Aber ich weiß nicht, also, ja, ansonsten weiß ich nicht. Also ich fand das, gerade von der schauspielerischen Leistung her, als Fazit fand ich es echt gut. Ich fand es, ehrlich gesagt, gerade gut, dass nicht so sehr auf die einzelnen Charaktere eingejangen wurde. Ja, eben, ja. Weil wenn du wirklich in diesem krassen Alkoholismus-Netz dich befindest, dann hast du, glaube ich, in deinem Leben auch wirklich nichts mehr, außer wo kriege ich den nächsten so fair und ich mache einfach alles für eine Flasche Alkohol. Und genau dieses Feeling kam in dem Film rüber. Und das hat den Film so beklemmt gemacht. Ich finde, am Anfang dachte ich, oh Mensch, wäre ja auch cool gewesen, wenn sie mal erzählt hätten, wie der zum Mörder geworden ist, wie er sich so entwickelt hat. Aber eigentlich braucht es der Film nicht. Es ist ja keine Doku oder so. Das war einfach eine völlig verstörende, beklemmende... Man hat dem praktisch wie ein Podcast zugeguckt irgendwie, wie so ein Stream. Ja, mal reingezoomt, wieder rausgezoomt, ne? Fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja, also ich fand, du, die Nebenhandlung mit dem Mädchen da und mit dem Jungen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was die sollten. Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Aber, mein Gott, ich fand trotzdem, der Film war echt eine Erfahrung. Also ich muss sagen, ich habe schon Ewigkeiten keinen Film mehr gesehen, der mich so lange noch gefangen gehalten hat. Der war wirklich fesselnd. Er hat mich sehr an die Jörg-Buttgereit-Filme erinnert. So von der Abartigkeit her. Meine erste Assoziation war tatsächlich auch mein Lieblingsfilm Barfly, weil der Protagonist da auch so läuft und dann spielt sich alles in der Bar ab. Dann das gesaufe die ganze Zeit, nur ohne Mord. Stimmt, ja. Aber da sieht man halt mal wieder, was für eine krasse Droge Alkohol ist, wa? Wir machen zwar immer Scherze darüber und so. Nee, das hängt nicht zum Lachen dann. Also solange man da nicht wirklich abhängig von ist. Ja, und das ist natürlich einfach so eine, ja, einfach auch... Das fand ich tatsächlich in dem Film auch. Die zweite Ebene ging ja nicht nur um ihn. Es war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, so eine Milieustudie einfach voller gescheiterter Existenzen. Man darf da vielleicht auch nicht vergessen, der Krieg ist noch gar nicht so lange her gewesen. Und so, und das sind dann einfach die, die danach wahrscheinlich nicht mehr auf die Füße gekommen sind. Und das ist schon krass rübergebracht. Also um meinen Senf noch dazu zu geben, ich fand ihn auch erfrischend anders, sage ich mal. Ich war schon ein bisschen gewarnt. Also ich habe schon von ganz vielen Seiten gehört, dass der krass ist einfach nur. Ich habe gedacht, der ist brutaler. War aber ganz froh, dass er es nicht war. Also so Folter und so krasses Rumgemetzelt stehe ich nicht. Die Ekel-Szenen fand ich echt auch krass, aber wirklich auch in so einem Ding, also mir ist echt oft so ein Alter. Und mir über die Lippen. Also kommt die eine Szene, die ist so krass, wo er die, das kann ich kurz spoilern, wo die, die er nicht gleich tot kriegt, wo die sich noch einscheißt dabei und er selbst dabei kotzen muss. Boah, Alter, das war so krass. Das musste erst mal bringen, ey. Ja, das war wirklich, das war echt krass. Aber auch krass gespielt, oder? Also der Schallspieler, der hat sich ja... Ich fand aber wirklich fast die Frauen noch krasser. Ja, ja. Ja, also dieser Mut, dieser Mut, sich so zu zeigen. Die letzte, die letzte Frau vor allen Dingen. Die hat bei Stromberg mit gespielt, da er gerade liegt die und plötzlich... Aber, Alter, ne? Ich glaube, bei allen, also du kannst alle Schauspieler, wenn du die alle mal googelst, in der Kneipe sahen, das stimmt, ja. Ja, ja, normal aussehen, Wahnsinn. Und dann siehst du ja noch die Originalfotos von seiner Bute, also da siehst du ja wirklich, wie nah die hier drankommen. Ja, also da warst du nicht übertrieben, was? Also null, wirklich total krass. Da hast du doch bestimmt die Krise bekommen bei der Wohnung, oder? Das war mein erster Alter, auf jeden Fall, ja. Ich habe echt kurz gedacht, das haben sie jetzt aber echt ein bisschen übertrieben dargestellt, bis dann ganz zum Schluss dieses Foto kam. Ja, wirklich, ja. Also ich kann wirklich empfehlen, wer auf wirklich krasse, abartige Filme steht, muss den gucken. Aber ich muss echt sagen, ich würde das gar nicht so an dieser Abartigkeit so krass festmachen, weil das, glaube ich, auch viele verschrecken könnte. Ich glaube wirklich, wenn man sich ganz unvoreingenommen mal drauf einlässt, ist er trotzdem sehenswert, oder? Also ich meine, klar, also man sollte wirklich nicht dabei essen und vielleicht nicht irgendwie beim ersten Date, wenn man hinterher noch was vorhat, auch nicht nur eine gute Idee. Aber ansonsten... Nee. Komm, wie viele Handschuhe vergeben haben? Also ich würde sagen, ich gebe vier von fünf. Vier von fünf. Ich gebe fünf von fünf. Ich gebe auch vier von fünf. Für mich hat er die volle Funktion. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, das sind wir echt nah beieinander alle. Krass, cool. Ja, ja. Ich werde mir so ja auch nochmal angucken. Der hat doch echt, glaube ich, so ein bisschen, könnte auch so ein kleiner Kultfilm werden, ne? Ja, denke ich auch. Ich war ganz überrascht, bei Soundtrack stand zum Schluss FM Einheit übrigens. Fand ich ganz cool. Genau, ja. Wollte ich gerade noch sagen, FM Einheit, ich habe ehrlich gesagt von der Musik nur diese Schlager aus den 70ern und so gehört. Und ich weiß gar nicht... Das war doch so ein krasser Effekt mit dazu, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja. Alter. Ja, und ich habe gar keine Musik zwischendurch wahrgenommen. Also ich meine, das ist ja meistens, das ist ja ein gutes Zeichen, wenn sich die Musik nicht so aufdrängt. Aber so im Nachgang, ich habe das so ja vorher schon gelesen, habe es dann aber wieder vergessen, also dass FM Einheit da die Musik gemacht haben soll. Und habe dann aber, habe es vergessen und habe wirklich gar nicht darauf geachtet. Und ich kann mich an nichts erinnern, außer diese Schlager aus den 70er Jahren, die dann immer dazwischen kamen. Ja, ich könnte jetzt auch ja nicht sagen, dass da überhaupt Musik gewesen wäre. Aber wie gesagt, meistens ist das ja echt ein gutes Zeichen so, ne? Genau, weil dann unterstützt die Musik einfach die Handlung extrem, wenn du so gar nicht mitbekommst. Oder die brauchten einfach nur einen größeren Namen zum Draufschreiben. Und da war ja keine Handlung. Der Vigiseur, ich spreche den Namen falsch, deswegen lasse ich es, der hat, glaube ich, das gar nicht nötig. Und der Buch war ja auch ein Bestseller. Ich denke, das war ja so eine Art Selbstläufer, ja. Ja, genau. Nee, aber ist doch schön, guck mal, da waren wir doch relativ nah beieinander. Ich habe übrigens kurz davor noch einen Film gesehen, den ich echt cool fand und auch noch empfehlen würde für euch. Und wenn es so interessiert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Vergiftete Wahrheit heißt er auf Deutsch, auf Englisch Dark Waters. Okay. Schon mal gehört von? Nee. Eigentlich nicht, nee. Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber wir quatschen ja auch viel über Serien und kriegen viele Serien so immer vorgeschlagen. Aber ich hatte echt in letzter Zeit das Gefühl, ein bisschen zu verblöden. Weil es bei Netflix echt immer abgedrehter wurde. Auf jeden Fall, ja. Immer, immer krasser. Und also, die letzte Zeit hätte ich... Danke. Jetzt habe ich ihn geschnallt. War Black Orphan... Dauert halt ein bisschen länger in letzter Zeit, ja. War Black Orphan, die echt cool losging und dann aber immer abgedrehter und immer schnullimäßiger wurde, wo ich dachte, oh komm. Ich habe die auch abgebrochen, ja. Ja, ich habe es echt bis zum Schluss dann durchgehalten. Und auf jeden Fall war ich dieser Film, der mal wirklich einfach ein bisschen ruhiger erzählt war, mit so echten Charakteren. Eine Handlung, die einen auch ein bisschen emotional zumindest fordert, aber trotzdem jetzt kein Arthouse oder so. Das ist schon Hollywood und Unterhaltung. Das war mal eine richtige Wohltat. Also, wenn mal jemand Lust hat, einfach einen schönen Kinofilm, leider ohne Kino, sehr zu empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe danach, dummerweise muss ich fast sagen, nachdem ich den goldenen Handschuh geguckt habe, noch einen Film, da kommen ja immer bei Netflix Empfehlungen drunter und da war dieser Film, 2036 heißt der irgendwo, ich weiß nicht, heißt die Alexandra Kampusch oder so, dieses Mädchen, was irgendwie acht Jahre von dem Typen im Keller eingesperrt wurde. Der war ja dann nicht weniger beklemmend. Also, der war auch echt harter Tobak. Also, der war so düster beklemmend und mit so einer Schauspielerin auch echt gut gespielt. Kann ich auch empfehlen. Ja. Also, wenn ihr euch mal richtig runterziehen wollt, dann ist der gut. Ja, ich habe dann auch noch einen Film gesehen, der war I Care A Lot. Und der ist auch, also, da habe ich auch, da kriegst du echt Angst irgendwie vor allem, was kommt. Also, das ist auch nicht, also, auch wirklich, aber auch toll. Und ich habe tatsächlich auch noch eine Serienempfehlung, weil ich habe jetzt gerade die Serie The Stranger gesehen, das ist so eine britische Serie. Und da ging es mir nämlich genau so, dass ich fand, dass wirklich alle Schauspieler in der Serie so toll waren und ich wirklich allen das abgenommen habe. Und da wurde auch nicht drauf geachtet. Ich finde es ja wirklich jetzt bei den Serien immer so schwierig, diese Leute alle auseinanderzuhalten, weil die wirklich alle gleich aussehen. Die Frauen sehen alle gleich aus, die Männer sehen alle gleich aus, sie haben alle dieselbe Frisur, alle dieselbe Gesicht. Ich komme voll durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht schon unter dieser Schwäche da leide, dass ich Gesichter nicht mehr unterscheiden kann. Das gibt es ja. Ja, die sehen einfach alle gleich aus. Ja, und das ist zum Beispiel mal eine Serie, da wurde nicht so drauf geachtet, ob die alle gleich aussehen. Und ich konnte die auch wirklich vom Anfang bis zum Ende alle auseinanderhalten. Das heißt, die sehen auch wirklich nicht alle gleich aus. Und das sind wirklich ganz großartige Schauspieler. Und die war echt schön. Also die fand ich wirklich gut. Da fand ich es echt schade, dass die dann nach einer Staffel schon vorbei war. Und ja, also sehr, sehr empfehlenswert aus meiner Sicht. The Stranger. Cool. Mensch, da haben wir heute ja wieder Empfehlungen und Meinungen. Wahnsinn. Ja, aber ich finde es ehrlich gesagt ja nicht so schlecht mit so einem Film irgendwie. Mal darüber zu kratzen. Mal zwischendurch auf jeden Fall. Vielleicht kommen ja noch ein paar Vorschläge oder so. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool. Oder mal ein schräges Musikvideo oder so. Das ist dann nicht so lang. Ja, aber das ist dann auch immer irgendwie. Naja, egal. Können wir ja mal schauen. Was euch so einfällt. Ihr macht das schon. Ihr unterhaltet uns. Aber da liegt die Latte natürlich jetzt mit dem goldenen Handschuh schon sehr hoch. Ach, das gibt bestimmt noch coole Filme. Also wie gesagt, I Care A Lot ist auf jeden Fall super. Also den könnten wir auch besprechen. Läuft der auch auf Netflix? Ja, ja. Ah, okay. Ja, dann machen wir mal noch eine Schnellrunde, war oder was? Nimmt's ja nicht, na klar. Einfach die von Janine oder was? Klar, ja. Comedy oder Horror? Kommt drauf an. Von beiden Seiten scheiße, aber eigentlich lieber Horror. Also, ja, ist wirklich schwierig. Es gibt Gutet und Schlechtet irgendwie. Also ich könnte mich da nicht entscheiden, weil das ist... Manchmal ist Comedy ja auch Horror. Das stimmt, ja. Oder Horror-Comedy. Ja, aber irgendwie diese Horrorfilme, die alle dieselbe Story haben, irgendwie eine Gruppe von Jugendlichen fährt in ein komisches, abgelegenes Haus. Ich dachte auch gerade an Tanz der Teufel gedacht, genau. Also eigentlich ein lustiger Film ist irgendwie. Also soweit kann ich wirklich nicht mehr sehen, aber es gibt ja auch gutes Horror irgendwie. Und Comedy kann auch einfach nicht lustig sein. Also, ich weiß nicht. Würde mich da nicht festlegen wollen. Sag du mal, Jeans. Ich sag auch Horror, weil Comedy echt so schwierig ist. So lustig definiert halt jeder anders. Das stimmt. Dann lieber Horror. Geh ich auf Nummer sicher. Na gut. Superheld oder Bösewicht? Bösewicht. Ja, ich auch definitiv. Sein oder zum Anklotzen? Das ist die Frage. Na zum Angucken. Beides. Weil sein lieber Superheld und Anklotzen auch Bösewicht. Böser Superheld. Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Da sind nicht so viele andere Leute. Genau, seit Netflix definitiv. Ich finde das im Kino auch wirklich schwierig mit den Lautstärken. Das ist immer so brüllend laut und meistens dann irgendwie diese Soundeffekte, wenn irgendwas knallt oder so. Das ist so wahnsinnig laut. Ich sitze da immer nur und stopfe mir Sachen in die Ohren, weil ich es einfach nicht ertrage, wie laut die das da aufreißen. Und ich mag es auch nicht, wenn dann neben mir direkt jemand sitzt und mir sein Popcorn auf den Schoß schüttet. Irgendwie. Das kann ich auch nicht haben. Und seine Cola und so. Mir reicht es schon, wenn er nur da sitzt. Ja, genau. Jeans. Und die, die hinter dir sitzen, atmen dir im Nacken. Also ich mag wirklich beides. Ich gehe auch gerne mal ins Kino. Also es gibt ja so ein paar, sag ich mal jetzt, nicht Mainstream-Kinos, noch so privat betrieben, aber jetzt auch nicht klein, weil so kleine Kinos mag ich auch nicht. Das finde ich völlig sinnlos. Also da denke ich mir dann auch, wenn ich jetzt mit 20 Leuten in einem Raum sitze, dann doch lieber zu Hause. Aber ich mag dieses Gefühl und mit Popcorn und so ganz klassisch und so, das ist schon cool. So, das ist doch. Da gab es früher mal in Reinigendorf so ein Kino, wo man irgendwie so an Tischen saß und so, aber trotzdem in superbequemen Sesseln. Das fand ich ganz cool. Ich weiß aber nicht mehr, das gibt es schon lange nicht mehr irgendwie. Weiter. Gedanken lesen oder Zeit reisen? Also es ist wahrscheinlich eine Superkraft, die man gerne können könnte. Dann Zeit reisen. Ja. Ich fände Gedanken lesen, glaube ich, meine eigenen Gedanken kenne ich. Die anderen, du siehst mich nicht. Nee, ich fände das, glaube ich, ganz spannend. Echt, ja? Sven? Ja. Ich möchte das ja nicht wissen, was andere Leute von mir denken. Das ist aber, glaube ich, ja nicht so schlecht, um die einschätzen zu können. Ich fände es, glaube ich, ganz cool, Gedanken lesen zu können, ja. Ich kann es klar Zeit reisen. Ich glaube eher so in die Zukunft. Das reizt mich mehr. Die Vergangenheit kennt man ja. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Jetzt haben oder bei anderen? Ich denke, es geht um andere, würde ich sagen. Es ist halt schwierig zu beurteilen, aber ich denke mal bei anderen irgendwie. Na dann lag ich auch Intelligenz klar. Muss ich ja jetzt. Muss du überhaupt nicht. Jetzt outest du dich ja als oberflächlicher schön und doof. Genau. Schön und doof. Parfum oder Deo? Wenn es schon sein muss, dann Deo. Ja, das ist schwierig, wa? Also, Deo im herköpflichen Sinne benutze ich ja schon lange nicht mehr. Ich habe immer so eine komische, so eine Creme, also so ein, ich weiß ja nicht, wie das heißt, irgendwie aus so einem kleinen Ding. Ach stimmt, das teilen wir uns immer Backstage nach dem Gig. Ja, genau. Das ist wirklich eine super Erfindung. Ja. So ein Gemeinschaftsding. Genau, ja. Also bin ich dann auch dabei. Ich sage waschen. Waschen. Und dann nicht mehr bewegen, damit man nicht zufällig noch schwitzt oder so. Ja, aber ein Deo benutze ich tatsächlich auch nicht. Wenn dann mache ich, sprühe ich mich da ein bisschen ein und dann muss das reichen. Duschen oder baden? Duschen. Ja, ich weiß nicht, es betet viel. Echt, da gibt es Leute, die nicht baden sagen, krass. Ja, baden, klar. Ja. Das ist an sich nicht doof. Das muss jetzt nur gehören. Als eine muss es schnell gehen, irgendwie. Wenn man es eilig hat, das ist natürlich irgendwie doof. Früher habe ich dann mal noch ein kühles Bier gezwischt und irgendwie bei ca. 55 Grad irgendwie gebadelt und irgendwie mit einem absoluten Kreislaufkollaps irgendwie aus der Wanne getruggelt. Seitdem lasse ich es. Zumindest mit dem Bier. Mit dem Bier. Kochen oder bestellen? Erst kochen, dann bestellen. Genau. Erst kochen, sehen, dass es nicht schmeckt und dann doch Pizza bestellen. Ich glaube, ich sage bestellen. Also wenn es nach mir geht. Wenn jemand anders kocht, dann gerne kochen. Also wir haben ja hier eigentlich nur, du kannst ja hier nur eine Pizza bestellen und das auch noch nicht allzu lange. Und muss schon sagen, das ist schon ganz cool. Doch? Doch, die Pizza, ja doch, 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 die ist tatsächlich ziemlich gut. Insofern, das werden wir auch heute wahrscheinlich wieder tun. Überlegen auch gerade. Insofern freue ich mich schon aufs Bestellen. Aber kochen ist natürlich irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher, weil wie gesagt, hier gibt es halt nur Pizza. Insofern kann man das nicht permanent machen. Also ich mag wirklich beides, aber ich koche wirklich gerne. Das entspannt mich und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich bin so mäkelig. Wenn ich selber gekocht habe, da weiß ich, dass es mir schmeckt. Das macht schon mal Sinn. Das ist doch schön. Senf oder Ketchup? Senf. Ja, ich bin wirklich Fan von beidem und zwar großer Fan von beidem. Ja, ich auch, aber noch mehr Senf. Ich finde es auch gemischt wahnsinnig toll. Oh ja. Insofern, oh, herrlich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, sage ich auch Senf. Da schmiere ich überall drauf. Ja, ich eigentlich auch, ja. Das ist ja, glaube ich, so für andere Kulturkreise auch ein krasses Ding irgendwie. Glaube ich, für so Amerikaner, die das erste Mal Senf wissen, die denken, Alter, was stimmt mit euch nicht? Habe ich spürt von einem Mexikaner mal. Okay. Ja, wahrscheinlich. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Ja, ich auch, ganz klar. Was würde ich dafür geben, wenn es ganz normale Haribus geben würde, ohne Gelatine drin? Du bist also quasi Team Gummibärchen. Die habe ich gleich vermisst. Rücken- oder Seitenschläfer? Was man lieber hätte oder was man isst? Ich schätze, was man isst. Ich seitenschläfer. Ich bin auch Seitenschläfer. Ich auch. Rücken ist, glaube ich, das ist ein Ort Platz, wenn wir uns nur ein Bett halten müssen. Zack, zack, zack. Schön Löffelchen. Genau. Sehr gut. Was die ganze Tourcrew in ein Bett. Genau. Wie die Löffelbiskuits in der Packung. Genau. Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer. Fahrer, ganz klar. Ja, ich fahre überhaupt nicht gerne Auto. ICE. Also ich hasse beides. Ne, hassen nicht. Also Beifahrer bin ich ganz ungern und fahren tue ich auch nicht gerne. Das... Das hat mich am liebsten in den Zug. Ja. Gürtet das jetzt auch noch dazu? Super, guck mal, da haben wir das. Ach nee, um Gottes Willen. Das sind wir heute nicht mehr fertig. Ja, da haben wir ja wieder fast nichts geschafft. Seite 2 von 10. Oh, stimmt. Na ja, willst du ja nicht. Ja, das ist doch gut. Ich muss mich noch bedanken, wie immer, beim André mit Doppel-E, der hat wieder eine coole Mail geschrieben, wo er mir auch Filmtipps... Stimmt. Mal, diesen einen kenne ich tatsächlich, diesen aus den 80ern, den habe ich sogar mal an der Schule gesehen. Der ist so schräg und echt cool. Den Namen gleich wieder vergessen. Und die andere, diese Doku, die gerade überall erwähnt wird auf ZDF, die habe ich noch nicht gesehen, aber werde ich jetzt auch mal machen, weil ich da auch schon immer mal so Teaser gesehen habe. Um welche Doku geht es denn da? Ja, vielleicht kannst du das noch schnell erwähnen. True Story of Punk und die andere war, glaube ich, auch, wie hieß denn die? Die hat mehrere Titel. Also, wie gesagt, diese aktuelle, diese True Story of Punk, tatsächlich habe ich mir gedacht, so als ein bisschen arroganter Heini mit jetzt 40, eigentlich ja schon über. Man hat schon alles gesehen, was wollen die mir noch erzählen, aber das ist natürlich Quatsch. Das kann immer interessant sein. Genau, und der andere ist, wenn ich die gleiche Doku meine und das die ist, glaube ich, die er mir geschrieben hat, dann ist die voll lustig, weil da der Kotzbrocken-Sänger mitspielt und das ist eigentlich Regalband gewesen und das ist ganz lustig, ja. Also, ihr habt eine Band namens Kotzbrocken? Ja, da gibt es sogar mehrere, genau, die mit C auf jeden Fall. Die sind wirklich geil, die können gar keine Musik machen und die Texte und so, die sind, also, der quatscht nur. Also, da gibt es echt so geile Songs irgendwie und Zitate und dann haben die Bullen mich am Kragen und dann kotze ich in den Streifenwagen. Also, eher so Pulitzer-Preis-Verdächtige-Zeug. Willst du mal, will ich meine Mutter besuchen? Ist ja Muttertag. Komm ich nach Hause, das erste, was ich höre, wie siehst denn du aus? Also, genau so performt das eine Stück. Das ist so geil. Aber so ist halt Punk eigentlich, was? Auf jeden Fall. Also, das Authentische geht es gar nicht. Super. Also, wirklich, ganz, ganz großes Kino, die Schallplatte. Sehr schön. Oh, Mann, ich habe gesungen im Podcast-Premiere. Sehr gut. Der staut einer noch ganz neuen Karriere. Wahnsinn. Ja, genau. Angebotet bitte ein Jeans-Ed-Solar-Fig. Singt auch gerne in ihrem Podcast. Ja. Genau, aber nur Kotzbrocken. Er zitiert Kotzbrocken in ihrem Podcast. Genau. Genau. Das ist immer eine schöne Lesung. Genau. Na gut, ihr Lieben, dann einfach auf. Ja. Ich muss auch zum Tierarzt. Stimmt, ja. Mann. Mir geht es heute nicht so, die muss noch schnell zum Tierarzt. So klang nicht eben. Ich muss ja auch noch zum Tierarzt jetzt. Gibt ja nur Tierarzt bei euch. Medikamente. Eben. Genau. Das ist nicht so teuer. Ja. Ach nee, von wegen, ja. Ja, ich weiß, wie sagst du denn zu sein? Will ja nicht wissen, nee. Will ich gar nicht wissen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Ja, das ist das Ding. Genau. Schauen wir mal, was wir da machen. Schönen gesund. Richtig. Macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Ganz genau. Genau. Bestenfalls. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.